Hallo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe ein Video gefunden, das ist also nicht mein Footage, was ihr hier seht. Ich wollte es aber für euch aufs Deutsche übersetzen, weil es wirklich absolut krass ist. Es sind die besten 100 Tipps und Tricks für Call of Duty Black Ops, beziehungsweise Black Ops 4 Blackout. Wir gehen durch alle 100 Sachen durch. Das sind wahnsinnig coole Sachen, die ich selbst noch nicht wusste. Ich spiele in letzter Zeit sehr, sehr viel Blackout. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Lasst gerne eine Bewertung da. Ich habe den Link zu dem Original-Footage auch unten runtergeladen, für die, die in der englischen Sprache mächtig sind. Ihr könnt es auch gerne da schauen. Ich habe versucht, das alles zusammenzufinden, aber es ist fast unmöglich. Hier seht ihr die Helispawns. Das ist da, wo die Helispawns können, nicht immer tun. Genauso wie bei den Zombiespawns. Auch die können dort spawnen, müssen es aber nicht. Wenn ihr richtig fliegen wollt, ist es relativ simpel. Geht auf 60-65 kmh circa. Wenn ihr da seid, wieder hochziehen. So kommt ihr fast über die gesamte Map. Das ist der beste Tipp, um schnell an A, B oder C zu kommen. Sollte euch ein Boot irgendwie mal aufs Land gefahren sein, slidet einfach gegen das Boot und habt ihr es wieder. Wenn ihr Paranoia aktiviert, ist es auch relativ einfach. Ihr hört Gegner, die auf euch zielen, aus der Richtung, von wo sie zielen. Sehr, sehr cool eigentlich. Das hier geht leider mittlerweile nicht mehr. Das haben sie gefixt. Ihr konntet ein Jubel aktivieren und dadurch um den Stein herum gucken. Ihr seht, das geht alles relativ zügig. Ich hoffe, ihr seht das alles. Ich schreibe es auch unten in die Kommentare. Wenn ihr looten wollt, ihr müsst nicht direkt beim Loot selber liegen. Ihr könnt auch 3, 4, 5 Meter entfernt weggehen. Ein guter Tipp, auch eine Nebel, Rauchwand. Wenn euch die Sonne ein bisschen blendet, gar kein Thema. Guckt nicht direkt in die Sonne, auch wenn es beim Hügel ist. Guckt ein bisschen weiter nach unten. So wählt ihr nicht geblendet. Das ist wirklich mega hilfreich. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, es macht euch zu besseren Spielern und ihr habt mehr Spaß und seid erfolgreicher. Solltet ihr mal richtig cheeky spielen wollen, geht einfach mit dem Helikopter hier oben drauf. Das habe ich selbst schon gemacht. Ist sehr, sehr cool. Snipe von da oben, haut wieder ab. Ganz, ganz einfach. Wenn ihr Granaten habt, bis auf die Sprenggranate, könnt ihr alle, die ihr in der Hand habt, mit Dreieck und wieder Dreieck zurück auch wieder zurück aktivieren. Das heißt, ihr werft sie nicht. Wenn ihr schnell auf die Map gucken wollt, gerade für die Leute auf PC, macht euch in feste Tastaturen, festen Buchstaben dafür, dass ihr schnell drauf gucken könnt. Gerade am Ende hilfreich. Wenn ihr unter Wasser seid, ist es relativ einfach, die Luft wieder zu holen, indem ihr ungefähr nach 8 Sekunden, dann hört ihr so ein zweites Urgh, kurz an die Luft geht nach oben. Einmal ganz kurz, länger braucht ihr nicht und schon seid ihr wieder für 8 Sekunden Stealth. Es gibt einen Unterschied zwischen Crouchen, also Kriechen und Sliden. Ihr solltet für beides unterschiedliche Buchstaben nehmen auf eurer Tastatur. Wenn ihr auf dem PC spielt, ist es sehr, sehr wichtig für euch. Wenn ihr auf Türen geht, kommt ihr auch auf Dächer rauf. Das ist mega cool. Habe ich vorher zum Beispiel so nicht gewusst, nicht gemerkt. So kommt ihr auf jedes Dach rauf, solange es nicht zu hoch ist. Die ABR ist das einzige Sturmgewehr, was das Zielfernrohr für die Sniper hat. Ihr seht die Entfernung davon, der Rückstoß ist nicht zu groß. Es gibt kein anderes Gewehr, was diesen Aufsatz darauf nehmen kann. Ist auf jeden Fall lohnenswert, damit auf Entfernung ein bisschen zu schießen. Ist ein sehr, sehr gutes Sturmgewehr. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Versucht es einfach mal. Ist nicht so oft zu finden, aber geht auf jeden Fall klar. Mittlerweile könnt ihr aus fahrenden Autos rausspringen und da leidet nur noch wenig bis gar keinen Schaden. Das haben sie mittlerweile mit einem Update auch Gott sei Dank geändert. Überlegt immer, was für Ausrüstung ihr nehmt. Ihr könnt auch eine Waffe nehmen und währenddessen Granaten werfen. Nehmt aber keine Splittergranate, die explodiert nämlich bei euch. Das hier ist etwas, das habe ich noch nie probiert. Das werde ich auch nicht probieren. Es geht aber, ihr könnt mit dem Heli tatsächlich Menschen töten und indem ihr mit den Rotorblättern über ihn fahrt oder ihn einfach sozusagen ankratzt mit der Nase. Solltet ihr von dem Heli aus aussteigen, geht der Parasuit von euch automatisch auf. Das heißt, ihr sterbt dann nicht. Sobald ihr hört, dass euch jemand anvisiert, sofort raus da. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Munition zu sammeln. Das hier sind die ganz großen Kisten. Da habt ihr auch manchmal die Aufträge für die Spezialisten. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, auf höhere Objekte rauf zu gehen mit dem Angelhaken. Ihr seht immer so einen kleinen Punkt, ob ihr könnt oder nicht. Wenn ihr mit dem Angelhaken durch die Gegend lauft, egal ob über Wasser oder unter Wasser, habt ihr die Möglichkeit, schnell ein paar Meter hinter euch zu bringen. Einige Charaktere sind lautlos, während sie schwimmen und laufen. Probiert es gerne aus. Crash, habe ich aus eigener Erfahrung festgestellt, ist sehr, sehr laut. Wenn ihr im Wasser seid, könnt ihr auch bei den Gegnern, die ihr da getötet habt, die Sachen unter Wasser looten. Überlegt aber immer, irgendwann verliert ihr ein bisschen Leben dabei. Die Panzerung Level 3 nimmt euch sehr, sehr viel Schaden weg. Das Problem ist aber auch, sie ist sehr laut. Das heißt, das müsst ihr immer bedenken. Wollt ihr jemanden töten, der auf dem Boden liegt, haut ihm einfach einen über die Rübe und das Thema ist durch. Das hier ist ein sehr interessanter Tipp. Ein Auto, was hinten leuchtet, ist bereits benutzt worden. Ein Auto, was nicht leuchtet, wurde noch nicht benutzt. Ihr könnt das Leuchten eines Autos nicht mehr ausschalten. Das heißt, wenn ihr in ein Haus seht und ein Auto steht davor, was leuchtet, ist da wahrscheinlich jemand. Achtet immer drauf, rechts oben, wie viele Leute eigentlich noch am Leben sind. Es passiert einfach sehr, sehr oft, dass man denkt, es sind noch 8, 9 Leute und dabei seid ihr in einem 1 gegen 1. So wie hier, richtig schöner Snipe von ihm, geht direkt auf den Gegner, zack und er hat es nicht mal mitbekommen und gewinnt die Runde. Der Sensor-Dart hält 32 Sekunden. Nach diesen 32 Sekunden zerstört er sich selber. Cluster-Granaten könnt ihr so lange in der Hand behalten, wie ihr wollt. Cluster bleiben sticky, das heißt sie kleben und explodieren in 6 weitere Teile, die euch Schaden zufügen können. Wenn ihr Stolperfallen habt, so richtig schön eklig, einfach an eine Leiter, da hat keiner eine Chance irgendwas gegen zu tun. Schaut es euch an, wenn ihr da runter lauft, ihr wärt tot. Jede Waffe hat in Black Ops 4 und Black Out das gleiche Verhalten, wenn ihr damit schießt. Das heißt, lernt es auswendig, es schießt immer in die gleiche Reihenfolge, in die gleiche Richtung. Mit einer Granate könnt ihr jemandem auch Schaden zufügen, indem ihr ihn mit der Granate trefft, ohne dass sie explodiert. Reicht aber meistens nicht, um ihn zu töten. Macht auf jeden Fall euren Spielsound leise für den Ansager, so dass ihr den Text hört. Zwar stört der Text auch ein bisschen, aber gerade am Ende wollt ihr nicht, dass euch irgendjemand abfuckt, weil da irgendwo plötzlich eine laute Ansage kommt. Das hier ist etwas, was ich euch jedem auf jeden Fall ans Herz legen kann. Wenn ihr einen richtig geilen Trickshot machen wollt, geht in den Helikopter. Ihr könnt im Helikopter alle 5 Positionen durchschauschen, vom Piloten zum Co-Piloten nach hinten. Sorgt nur dafür, dass ihr rechtzeitig wieder auf dem Pilotensitz seid, weil ihr sonst Kontrolle verliert. Seid ihr in der Zone mit dem Heli, verliert ihr immer für 3 Sekunden die Möglichkeit, den zu steuern und ihr nehmt mehr Schaden. Aber nach 3 Sekunden könnt ihr einfach wieder weiterfliegen. Die Zone, die offiziell verfügbar ist, ist eigentlich nicht die, die ihr wirklich betreten könnt. Wenn ihr nämlich genau schaut, sehen wir jetzt ein folgendes Problem. Ihr lauft zu weit außen und kriegt eine Warnung. Das heißt, auswendig lernen, dann wisst ihr auch ganz genau, wo noch ein Gegner sein kann und wo ihr langlaufen könnt. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Der Smoke-Timer hält 30 Sekunden, das bedeutet, die Smoke-Granate hält 30 Sekunden, explodieren tut sie aber erst, sobald er sie auf den Boden werft. Ihr könnt sie also auch sehr, sehr weit werfen, sie explodiert nicht in der Luft. Guckt immer, wenn ihr eure 200 Medikits genommen habt, was ihr zuerst ein Medikit vorne habt und dann erst die kleinen weißen. Das ist hilfreich. Ihr könnt aus der Luft sehen, ob Helis an den Spawnpunkten sind oder nicht. Wenn ihr Spawnpunkte nicht auswendig kennt, einfach am Anfang der Runde kurz in das Bild schauen im Video und schon habt ihr das. Wenn ihr es geschafft habt, ein oder zwei Waffen aufzunehmen, sofort drauf rushen. Nicht erst warten, 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 bis alle Rüstung 4 haben oder Rüstung 3. Das macht euch das Leben einfacher. Lootet danach. Barricade ist sehr, sehr hilfreich, Leute, schaltet Mikrowellen raus, kann Leute töten und schützt euch vor Clustergranaten. Es gibt dieses eine spezielle Magazinerweiterungsperk oder Aufsatz, hilft aber nur bei Waffen mit 7,62 Millimeter. Wenn ihr in ein Auto eine Heli wollt, müsst ihr immer von der Fahrerseite aus raus. Das hier ist ein weiterer schöner Spot, den man sich mal gönnen kann, wenn man Lust hat, irgendeinen Gegner zu killen. Die Stickygranaten bleiben an den Gegner hängen, wenn ihr sie auf den Gegner geworfen habt. Sehr, sehr witzig eigentlich. Wenn ihr draußen seid in der Zone, überlegt euch, welche Medikits ihr nehmt. Nehmt die kleinen, damit ihr wieder Richtung 150 kommt und nehmt die Traumakits für 200 Leben erst am Ende, wenn ihr es geschafft habt, sodass ihr dann euer voller Leben noch habt. Das ist einer der besten Spots, um zu looten, weil hier kaum Gegner sind. Hier sind Zombies, hier ist eine Chess, hier ist alles mögliche und ihr könnt looten, ohne direkt in Beschuss zu sein. Gelbe Waffen sind die besten Waffen, die ihr im Spiel finden könnt, weil sie alle Aufsätze haben. Hier, dringende Empfehlung von mir, lohnt sich auf jeden Fall. Selbst wenn die Waffe an sich nicht mögt, einfach Start, Fieck auf die Waffe, ihr legt alle Aufsätze ab. Waffen wechseln könnt ihr nur über Dreieck, es gibt keine andere Option, es ist auch egal, ob sie Secondary oder die Primary ist. Wenn ihr Charakter freischalten wollt oder Charaktere, sucht nach verschiedenen Aufgaben, die ihr meistens in den Kisten bekommt. So erhaltet ihr dann eine Aufgabe, um den Charakter im Blackout freizuschalten. 9 Knallgranaten könnt ihr bis zu 3 Sekunden halten und sie explodieren dann 9 Mal. Wirklich eine der stärksten Granaten und Sachen, die es in diesem Game gibt. Der Gegner ist ewig geblendet und kann überhaupt nichts tun. Es gibt verschiedene Perkombos, die ihr nutzen könnt. Eine davon ist zum Beispiel Totenstille Wachsamkeit. Eine andere ist Eisenlunge, wenn ihr snipen wollt. Paranoia, wenn ihr wissen wollt, wann euch ein Gegner anvisiert. Überlegt euch genau, testet ein bisschen aus. Die Paladin ist die einzige Waffe, die fast keinen Drop-Abfall hat. Das heißt, egal wo ihr hinschießt, die Punition geht auch meistens dorthin. Traut euch ruhig im Blackout Gegner zu sehen, ist teilweise sehr, sehr schwierig. Traut euch ein bisschen ranzuzoomen. Traut euch den Schuss zu nehmen. Irgendwider kriegt ihr ihn oder ihr verratet eure Position. Riskieren sollte man es auf jeden Fall trotzdem. Wenn ihr mit dem Ruin irgendwo hin wollt, kriegt ihr einen kleinen roten Kreis. Dieser kleine rote Kreis mit dem Angelhaken zeigt euch, bis wo ihr hin könnt und bis wo ihr nicht mehr hin könnt. Das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr überlegen wollt, ob ihr schnell aus einer Situation raus wollt oder rein wollt. Versucht gerne mal so ein paar Trickshots. Versucht mal Gegner aus Fenstern zu holen. Manchmal verkackt ihr es aber dabei und landet auf dem Dach. Die Combat-Axt ist wirklich ein nerviges Ding. Tötet euch One-Shot. Egal, wo ihr getroffen werdet. Auch egal, wie viel Armor oder wie viel Leben ihr habt. Spart euch für Ende der Runde ein Mad-Kit auf, ein Trauma-Kit. Vielleicht noch ein gutes Perk, damit ihr die Runde gewinnen könnt und einen Vorteil habt. Fahrzeuge, Flugzeuge, Helikopter, Boote, auch wenn sie schon brennen, sind immer noch genauso funktionstüchtig wie vorher. Überlegt aber ganz genau, ob ihr damit fliegen wollt. Flach ist am besten gegen Raketenwerfer, denn ihr könnt relativ schnell sterben. Dieses kleine Auto macht keinen Schaden. Ihr seht, ihr kommt ungefähr so weit, wie der Charakter entfernt ist von dem Radar oben. Ihr könnt es aber für sehr, sehr coole Sachen nutzen. Einen Sensor da drauf und dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wo Gegner in der Nähe sind. Und eine Sache, da komme ich gleich drauf. Das hier solltet ihr vielleicht nicht machen, wenn ihr irgendwo gerade unter Beschuss seid und nur einen getötet habt. Verarscht die Gegner nicht, es kommt zu euch zurück. Überlegt euch immer genau, welche Perks ihr am Anfang nehmen wollt. Es gibt drei verschiedene in Sachen Heilung. Es gibt die kleinen weißen für 25. Es gibt die roten Medi-Packs für 50. Und das Trauma-Kit für 200. Das Trauma-Kit kann nur einfach genommen werden. Die Medi-Kits pro 5-fach, pro Slot und die kleinen Verbände 10-fach. Trauma-Kits heilen euch auf 200. Es gibt keine andere Option, auf 200 Leben zu kommen. Wenn ihr hier dieses kleine süße Auto habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel euch ins Haus campen. Nehmt das Auto zum Scouten. Hat bestimmt noch keiner von euch gemacht. Ich habe mittlerweile damit angefangen. Das ist sehr, sehr cool. Unterschätzt die Shotguns nicht. Gerade die Mock 12 ist absolut stark. Auch auf Entfernung. Ich zeige euch mal, auf welche Entfernung ihr hiermit noch jemanden töten könnt. Das ist absolut weit weg. Auch mit einem Sturmgewehr wäre das nicht besser gewesen. Und wenn da noch ein Gegner kommt und ihr eure Schrotflinten noch in der Hand habt, switcht ein bisschen rechts-links. Nehmt euch ein bisschen Heilung und fickt den Typen. 1, 2, sieg und erledigt. Ganz einfach. Es gibt kleine Munitionskisten, da kriegt ihr manchmal ein bisschen Aufsätze und ein bisschen Muni raus. Es gibt die Medi-Kisten, da kriegt ihr ein Trauma-Kit, Verbände und Medi-Packs raus. Und dann gibt es die großen Vorratskisten, die irgendwie da zufällig spawnen an den Punkten, die ich euch gezeigt habe. Oder aus der Luft fallen. Da kriegt ihr Level 3 Armor, also Rüstung. Ihr lauft wie ein Panzer durch die Gegend. Ihr bekommt fertige Waffen. Ihr kriegt Aufträge für Spezialisten und alles mögliche. Zombie-Kisten gibt es genauso, wie es die ganz normalen Vorratskisten aus der Luft gibt. An den Zombie-Spots aber nicht immer freischaltbar. Egal mit welcher Waffe ihr gerade unterwegs seid, es ist egal was ihr macht. Ihr habt im Blackout eine Chance mit jeder Waffe, mit jedem Perk, mit jedem Aufsatz. Wenn ihr einen Backhunter slidet und merkt, dass ihr zu schnell werdet, springt einfach einmal ganz kurz hoch. Wenn ihr tief fliegen wollt mit einem Helikopter, ist das immer eine gute Idee, wenn ihr ein sehr guter Pilot seid. Raketenwerfer können euch so nicht anvisieren. Gegner sehen euch nicht so schnell und ihr seid schneller unterwegs als hoch in der Luft und schwieriger zu treffen. Passt aber auf, denn wenn ihr es damit verkackt, habt ihr ein Problem. Ein Helikopter, egal ob der brennt oder nicht, geht sehr sehr schnell in die Luft, so wie ihr jetzt gleich sehen könnt. Wenn ihr in der blauen Zone seid, könnt ihr immer noch darauf achten, wo die Gegner sind. In der blauen Zone sind die Gegner Schritte nämlich lauter zu hören als außerhalb der Zone. Von allem was hoch ist, könnt ihr runterspringen. Ihr müsst, das ist ganz ganz wichtig, aber sprinten und dann springen. Wenn ihr nur runtersleidet, seht ihr, passiert das hier. Hartes Leben. Totenstille, das wisst ihr mit Sicherheit, ist ein super OP-Perk, ist wirklich sehr sehr hilfreich, ist im Multiplayer hilfreich, im Blackout hilfreich. Hält 120 Sekunden, genauso wie Wachsamkeit 120 Sekunden hält. Ihr könnt aber Gegner treuen, ihr könnt Spaß haben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Totenstille ist eines der wichtigsten Perks, gerade am Ende eines Kampfes oder wenn ihr vermutet, dass irgendwo in einem Haus ein Gegner ist. Nutzt diese Perks, ihr findet sie meistens bei Zombies. Wenn ihr eine Waffe findet, guckt immer darauf, dass ihr, wenn ihr die Waffe wechseln wollt, die Aufsätze von eurer alten Waffe erst runter nehmt. So habt ihr neue Aufsätze auf der neuen Waffe. Es gibt verschiedene Perks, die euch schneller laufen lassen, zum Beispiel Beweglichkeit lässt euch schneller klettern. Es gibt Schleicher, da könnt ihr schneller rutschen und schleichen, während ihr auf dem Boden seid. Das ist mega, mega cool. Gegner fallen nach rechts, links, vorne und hinten, egal aus welcher Richtung ihr auf sie schießt. Macht euch keine Sorgen, auch ihr habt den Kill wirklich bekommen. Wenn ihr aktive Perks fallen lasst, sind sie weg, auch wenn es nur eine Sekunde gelaufen ist. Ihr könnt es dann nicht wieder aufnehmen. Unter Wasser könnt ihr euch mit dem Ruinenhaken nach vorne und hinten bewegen. Das ist eine super Möglichkeit, um schnell aus dem Wasser rauszukommen. Wenn ihr 9 Banks habt, rüstet sie immer ganz vorne aus. Ihr könnt ein gesamtes 4-Mann-Team mit einer 9-Knall absolut rapen. Wenn ihr Medikits looten wollt, denkt dran, Verbandstaschen nehmen pro Slot 10 Stück weg, Medikits 5 und Traumakit 1. Perks aktivieren geht immer nur 1 zur Zeit. Es gibt einen Perk, das heißt Konsument, damit könnt ihr eure Perks schneller aktivieren. Wenn ihr noch ein bisschen Geschwindigkeitsboost bei dem Angelhaken haben wollt, nehmt den Angelhaken und springt am Ende davon. Barricade hilft euch schnell zu heilen, in Deckung zu sein, Gegner zu treffen und es hilft euch auf jeden Fall auch dabei, wenn Clustergranaten kommen. Unter Wasser heilen geht genauso wie über Wasser heilen, da müsst ihr einfach nur gucken, wie euch das gerade passt. Wenn ihr auf den Gegner geschossen habt und seht, dass er keine Rüstung mehr hat und vielleicht relativ low in life, rapet ihn. Geht auf ihn drauf, holt euch den Kill, lasst ihn nicht wieder heilen, das geht sehr sehr schnell. Wenn ein Auto Schaden nimmt, egal wo ihr gegenhaut, müsst ihr aufpassen, dass es nicht explodiert. Die Range von eurem Sensordart ist so hoch, dass ihr im Prinzip überall hinschießen könnt, wo ihr wollt, solange ihr es noch halbwegs sehen könnt. Ihr seht es auf der Karte, er fliegt ewig weit. Sehr sehr cooler Trick, das Ganze an Helikopter oder Auto zu machen, dann habt ihr unterwegs immer einen Sensordart und wisst, egal auf welcher Höhe ihr seid, wo Gegner sind. Wirklich ein cooles Ding, ihr seht da Gegner, kann man sich auf jeden Fall nehmen. Wenn eure Munition leer ist bei eurer Waffe, habt ihr folgendes Problem, die Waffe wechselt automatisch. Bedenkt das. Bedenkt das immer. Es gibt so eine kleine Raygun, die habt ihr bestimmt bei den Zombies schon gefunden. Wenn ihr mit dieser Raygun schießt, ich mache jetzt schon, sie ist nicht sehr gut, sie wird aber später sehr sehr wichtig sein, und zwar für einen Charakter aus der Zombie-Mission. Damit könnt ihr mit dieser Raygun, wenn ihr damit einen Kill macht und den Auftrag erfüllt, diesen Charakter spielen. Wenn ihr Gegner habt und merkt, dass ihr bei Blackout überfordert seid, spielt einfach den Multiplayer ein bisschen. Der Multiplayer ist hektischer, schneller, anstrengender, nicht so taktisch wie Blackout und es trainiert euch. Euer Charakter ist im Prinzip wie ein kleiner Affe, das heißt, ihr könnt überall klettern, laufen, springen, schwimmen, vögeln, ihr könnt machen, was ihr wollt, es funktioniert alles. Anders als bei PUBG braucht ihr keinen Benzin, euer Heli fliegt so lange, wie er nicht beschädigt ist oder ihn verlasst. Wenn ihr hört, dass ihr anvisiert seid, sofort rausspringen, euer Parasuit geht sowieso auf, Gegner werden damit nicht rechnen und ihr könnt den Kill machen. Denkt dran Leute, wenn ihr in Random Duos oder sonstigem spielt, nicht nur Gegner töten euch, sondern auch teilweise Teammate. Friendly Fire ist an. Das hier ist wirklich ein sehr sehr cooler Tipp, den solltet ihr auf jeden Fall beherzigen. Wenn ihr einen Gegner unter euch seht, im Helikopter, nutzt es aus, springt einfach raus und holt ihn euch. Ich hoffe diese Tipps haben euch geholfen, ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich bin raus, haut rein.